Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin der Supervati und wir spielen zusammen Dead Island. Ja, wir haben die Schlüsselkarte gekriegt und jetzt müssen wir zu Simon, heißt er glaube ich, oder vielmehr Simon, zurück. Ja, dann müssen wir wieder hier lang, eigentlich denselben Weg wieder zurück laufen, in dem wir gekommen sind. Wo sind sie? Ich höre sie doch, ich höre sie doch, ich höre sie doch. Da ist er. So, da ist auch noch einer. Ja, komm her Homie. So. Jetzt will ich hier noch kurz gucken, wegen... Geld nehmen wir natürlich immer mit. Hier ist noch einer. Was war das? Achso, Raserei ist voll. Aha. Raserei, müssen wir auch gleich mal ausprobieren. So, das ist alles nur Cola. Hier will ich noch mal rein. Das nehmen wir natürlich... Dietrich haben wir nicht. Den müssen wir erforschen. Da brauchen wir nichts von. Gut, dann lass uns mal weiter. Wo ist er? Den nehmen wir natürlich auch mit. Genau. Da kommt noch einer. Hey, der hat einen Hackball. Wichser. So, die noch. So, wie ist das denn mit dem Hackball? 19 und der gibt auch 19, ne? Ne, das brauchen wir nicht. Oh, die haben wir auch. Oh, da habe ich fast vergessen zuzuschlagen. So. Stirb. Nochmal. Da können wir nicht rein. Oder von hinten. Ne, da können wir nicht rein. Können jetzt aber auch hier lang, oder nicht? Ja, genau. Hier sind wir wieder. Krimskrams nimmt man immer mit. Immer mitnehmen. Sonst hat man später im Verlauf im Spiel zu wenig davon. Oh, Energydrink. So, den haben wir getauscht. Wir sind alle tot. Da kann ich nicht so hoch springen. Schade. So, Homies. Ich dachte, was für euch. Was kriegen wir? Bauplan genagelt. Das nehmen wir natürlich. Ja, selbstverständlich. Das kriegen wir hin. Gut, aber ich will noch gucken, ob hier noch wieder was gespawnt ist. Steve, was hast du denn? Ja. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich will hier sein. Ich will hier sein. Weil ich meine, du weißt. Ich will, wo die Hölle sonst gehen. Es ist in dem Buch der Revelation. Ich will das schon mal. Sonst ist es in der ZeitELLA. Ich will hier nichts mehr. So, die Tür nun machen wir wieder zu. Quasten will ich eben kurz gucken Suche nach Maggie Geh zum Rettungsschwimmerturm Töte alle Feinde So Am Strand muss man immer gewaltig aufpassen Weil da kommen nämlich die Hyopais Die so schreien Nehmen wir sie mal Renner Zwei Dritte Und wir haben ihn Hey Immer nicht so stressig Hau mal ne Haben wir hier Einen Energy Drink Hier haben wir gar nichts Da haben wir ein Brecheisen Hier ist auch nichts Nägel Die können wir glaube ich Gebrauchen um Die Den Baupahn genagelt zu machen So Dann geht's weiter Zwei von denen habe ich schon Ein Mann in Not Den helfen natürlich Voll in den Arsch getrunken Voll in den Arsch getreten Noch die Jungen hier Noch die Jungen hier Oh fuck Jesus Christ If you hadn't come along You want to come with me I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental kiosk Maybe you'll find something that'll come in handy Upgrade verfügbar So So Die Leichen noch eben durch Gucken Ob ich was vergessen hab Holzbrett Das roll ich gar nicht So Wasser nehmen wir mit Oh ne Fallakte Hier ist immer Messer Hier ist immer Messer So ne Ja das wollte ich gar nicht Du sollst da reingucken Klebeband Draht Klebeband So Brecheisen Welchen hab ich denn Kann ich gar nichts machen Oh die Ich glaube die Paddle die ich hab So Raserei Steigt deine Bewegungsgeschwindigkeit Töten von Feinde mit scharfen Waffen erzeugt Zusätzlich Wut Erhöht maximale Gesundheit Bei aktiviertem Blutrausch So Scharfe Waffen Sind nun effizienter Ich glaube ich muss hier hingehen Das ist mir glaube ich wichtiger Weil die Raserei Ich meine dass ich den auch sonst nie benutzt habe Sprungangriff Ja dann Würde ich mal sagen Das hier Du kannst mit scharfen Waffen Spezialangriffe auslösen Wenn du Äh Linke Maustaste drückst Während du genau auf den Kopf ziehst Aha Okay Dann Inventar wollte ich nochmal gucken Und ich glaube die Kann ich gar nicht aufrüsten Was hab ich hier denn noch Ich glaube ich brauche scharfe Waffen Schwerter brauche ich eigentlich Hm Rüste ich einen von diesen hier mal mit auf Weil So reparieren Messer Brecheisen 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 6 25 2 So 59 56 46 41 Dann würde ich sagen Diesen hier reparieren wir Wo kann ich das denn So Kostet mich 8 Und Upgrades Mache ich hier auch So Dann habe ich den komplett Upgradet Modifizieren Da kann ich nichts Weil alles rot ist Entweder habe ich die Waffen nicht Oder Ich habe die MMM Was wollte ich sagen Entweder hat man die Materialien nicht Oder die Gegenstände So Der hat 22 Und der hat 6 Ja dann ist das richtig So Okay danke dass Dass ich dir geholfen habe Bitteschön So So jetzt kommen sie Da kommen sie Und die muss man auch immer gleich Tothauen Sonst stehen die nämlich Rucki zucki wieder auf Bäm Hat ein paar Back gekriegt Ich höre dich doch Wo bist du Hier liegt noch was Snack Okay Ja gut auch wenn man die Unnützerweise mitnimmt Beziehungsweise benutzt Es hat ja nichts Körbissuch Dann hört man die noch Irgendwie atmen Hier noch im schnell reingucken Na Zwölf Brauchen wir nicht Oh wir brauchen irgendwie Einen Laden Äh So komm her Komm her Wo bist du Ja Voll in den Arsch getreten Oh hier waren noch Kinder Das ist ein Energy drink Und hinten ran schleichen Die war Gibt's ja gar nicht So das war's schon wieder Na ja Einen höre ich noch Oder Ach da oben sind sie Ja 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 spring runter Homie Hier bin ich Komm 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 Den müssen wir mitnehmen Obwohl ich glaube Den brauchen wir gar nicht Wenn man noch nicht schaut Na verdammt So jetzt aber Den trinken wir mal Nehm schnell Geht Dumped Bäh 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 Scheiße, Paddeln halten ja noch nicht wirklich was aus, so der muss da hin und hier an der Seite ist immer noch was zum einsammeln, eigentlich immer, jedes mal wenn man da reingeht, aber das ist nur noch einer, sonst war da mehr mehr, meine ich, so, so tauschen wollte ich, dann brauchen wir den nämlich nicht reparieren, aber von den Dingern liegt eigentlich immer genug da, so, dann können wir den aufmachen und dann ist er nämlich so ein Bubas. Deswegen brauchen wir nämlich auch die, oh, den nehme ich aber auf jeden Fall mit, dann muss ich was wegschmeißen, auch wenn wir den gar nicht benutzen. Verkaufen können wir den, und blaue Sachen, die sind eigentlich gut bezahlt. So, wo war Licht, nee, das war es nicht, T war das. Ja, und wenn wir jetzt nach oben gehen, dann sehen wir den, glaube ich. Aber, wir gehen erst hier hin. Ja, komm, 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 komm. So, machen wir Licht wieder an. So, da können wir nochmal durch. Hier ist aber nichts. Nur ein bisschen zum einsammeln. Du hast es hinter dir. So, besser du als ich. So, den haben wir auch. Eine Akte. Bäh. Oh, ich hab keine Aussage, ne? Und einmal schütten. Ein bisschen Heilung. Direkt die Sachen mitnehmen. So, da ist noch Heilung. Da lag die Fallakte. So, und jetzt gehen wir nämlich nach oben. Und da sind die letzten Gegner. Mayday, mayday. So. Da ist er. Ich will vorsichtig ran tasten. Verdiwelt Jetzt sitze ich hier fest Well Schnell was trinken Das nehmen wir natürlich mit Gesundheit haben wir voll Der hat nichts mehr So dann haben wir das hier schon geschafft Dann ist das hier nämlich unser neuer Unterschlupf Super noch eben die Sachen einsammeln So dann lass uns eben See my noise Oh my way Okay Das ist ein Messer für uns Was wir natürlich nicht mitnehmen können Der ist aber auch nur für 20 So dann würde ich mal sagen Gucken wir hier mal Schnellreise das haben wir jetzt Arena Lobby das machen wir später Ja das machen wir ein andermal Unten Ist nämlich jetzt ein Typ gekommen Der hier Und da können wir Sachen verkaufen Und kaufen So was verkaufen wir denn Schlagring verkaufen auf jeden Fall Ähm Dann Messer auch Dann Besenstiel verkaufen Der Und Der Den hab ich Okay Okay Dann können wir nämlich auch mal wieder was Ähm Mitnehmen Streitkolben mach ich den hier Streitkolben Streitkolben find ich auch geil Flaschenhals 44 Der hat 10 mehr Wow Kostet allerdings auch 200 mehr Wow So was haben wir hier Eine Doppelklinge Abgenutzer Stock Ich würde sagen Dass wir diesen hier nehmen So was haben wir hier Wochenschwanz Nägel Und Kleber Medikits Brauche ich erstmal noch nicht Gut Dann Müssen wir den Das Ding aufleveln Reparieren Er ist voll Den Rüssen wir dann auch gleich auf Und Und Können wir was machen Nein Können wir nicht Fleisch fehlt uns Stacheldraht fehlt uns Ein Baseballschläger fehlt uns Und Hier genau Dasselbe Gut Wo haben wir ihn denn Ne Ewa das Genau Den Den Wollen wir dann direkt ausrüsten Oh Den Brecheisen Das können wir noch einmal reparieren Was sind 19 Sportbillig Gut Das Machen wir jetzt aber noch Wir sollen ein paar Autoteile holen Schau Das ist ein Scheiß Das ist eine Voraussetzung Eine Die Irgendwann Das Teile Wenn wir Sehen Diese Wurde Ich lasse Verwinden Was Kommen Ja Sie Schau Ich Worte Ich Ich Also Erste mission oder erste eigentliche mission zum überleben und aufleveln so dann seht ihr auf dem minimap so kleine hände und das sind die sachen die du einsammeln muss das sind teile im auto und da war noch fett geld so hier 19 meter weiter da ist auch noch mal ein teil da habe ich wieder ein paar weggekriegt da da muss man höllisch aufpassen gut das war der zweite teil haben wir da will ich ihm nachgucken bei Crescent wieviel teile müssen wir denn holen vier wieviel habe ich jetzt eins zwei drei habe ich jetzt ne gut aber hier vorne um der ecke ist noch ein auto so und hier haben wir den vierten gut dann können wir jetzt eigentlich zurück und das tun wir auch ja überall licht hier das sieht ja aus als wenn wir in krieg hätten wahnsinn so da ist er homie hier hast du deine autoteile und wir können uns upgrade was können wir denn machen so was haben wir hier sprungangriff so was haben wir richtig zusätzlich schaden an erhöht schaden mit allen scharfen waffen und erhöht die haltbarkeit von scharfen waffen was haben wir hier medikits sind 25 effektiver strafe beim sterben stimmt aha ja das ist auch nicht schlecht so töten erzeugt ausdauer okay ausdauer habe ich eigentlich gerne keine probleme das war jetzt ein zwei mal die wahrscheinlichkeit dass du die aufmerksamkeit von feinden auf dich ziehst ist kleiner ja weil scharfe waffen können wir noch nicht bringen uns noch nichts weil wir müssen erst zum turm kommen weil da gibt es nämlich glaube ich erst die ersten scharfen waffen ja ist aber so gut ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein like da lasst ein abo da ich würde mal sagen bis zum nächsten mal tschüss ja